so wird es mal was getrunken so jetzt gehe ich endlich mal zum haus also zum berg kann ich mir alles machen ich bin hier gerade am fundament liegen ich habe hier keinen stein also moment wo bist du da unten und auch ein halbes deck in halben oder und dann hat es ja auch zum 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 rand amokasum so holz ich brauche holz dabei holz ein bisschen holz für den tour abwägt mit ein paar abbiegen die er die er was mitmachen ja auch ruhiger Beispiele hat Baba 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 und hat dann der Papier da Vaterhalte Leiser Papier Papier hat dann der Papier vielleicht nur ich glaube ich glaube ich bin der Deutsch manchen Riesen Prozent Riesen Riesenfenster, eine Riesenfensterwand, so ein Ausblick. Ich weiß nicht, ob das, was ich eben gerade zitiert habe, jemand kennt. Was denn? Ich habe da gerade einen Ausschnitt von einem Lied nachgesungen. Nochmal, ich habe nicht zugehört, aber bring es nochmal, bitte. Was hat dann der Baba da? Der hatte Flasche, Krabat, der Baba. Wo hat dann der Baba die Flasche? Das Haftbefehl? Der Baba, der Krabat in der Dasch. Raftbefehl? Nein, das ist etwas älter. Das muss man sagen, Iggy ist schon ein Oldie. Das ist sogar noch vor meiner Zeit. Das ist die Hessekomme von den Rottgau Monotones. Die Hessekomme? Ja. Obama, zu spät. Die Hessekomme. Müsst ihr euch mal reinzählen, ist urkomisch. Merkt es gerade. Ich kann halt nur nicht kriegen. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Urkomisch. Was denn? Ja, ja, nee, ja, ja. Ja, ja, nee. Ah. Ne 1 und ne 2, ne Appleboy. So, 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 sehr spannend, was ich hier gerade mache. Wobei, wobei ich Appleboy gerade nicht mag. Appleboy mag ich, ne? Ne. Wobei, weil, weil, wenn er gut ist, dann schon, aber ein. Nicht so ein Fusel. Ich trinke nur Kinderkohle. Ich trinke nur Kinderkohle. So. Oh, da mache ich jetzt ein riesen Ding hin. Reißt du das auf, oder? Natürlich. Ich packe ihn direkt an. Ich habe auch ein riesen Ding. Äh. Soll ich den auch mal auspacken? Pff, ja, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr so ein riesen Ding sehen wollt. Ja. Sorry. Immer noch? Ja. Ich glaube, meine Rippen sind gebreit. Ich schreibe dann rein, ob mit Facecam oder ohne. Jetzt wird es gerade Nacht. Das ist behindert. Wieso, wie fang ich dann? Ich habe mein Bett dabei. Nein, ich habe es doch nicht dabei. Ich baue jetzt komplett, das kann, ich habe keinen Plan, was ich, wie ich das baue. Kann behindert aussehen. Ich habe mein Bett in die Burg gestellt. Mach jetzt einfach mal. Was willst du denn bauen? Einfach ein Haus. Aber ich will nicht so ein längliches Haus eigentlich. Ich will eher so ein fettes Haus. Was? Ein längliches Haus? Ein fettes Haus? Ja. Ja. Er weiß das jetzt bald. Bau doch ein quadratisches. Nee, ich baue das jetzt echt. Oh, fuck. In den... Bau doch so, wie ich gebaut habe auf, äh... Watt, 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 watt. Team, äh... Wie heißt das? United? Nee. Wie heißt der jetzt? Alter, mach hier keine Werbung für komische Leute. Wie heißt denn der jetzt? Ui, ich... Der Zock-Club. Bist du doch dabei in der Jury, Mann? Der Zock-Club heißt das. Genau, sag ich doch. Der war noch gleich... Nee, halt... Ich... Mag den nicht. Mach hier keine Werbung für Leute, die ich nicht mag. Ich schneide den Namen übrigens raus. Ich hoffe, ich denk dran. Auf welche Schwierigkeitsratsspielen wir eigentlich? Ich... Äh... Ich würde... Einfach. Ich würde wetten... Ich würde wetten, dass der Gunnar es vergisst rauszuschneiden. Nee, nee, nee. Aber es kann sein. Wenn ich schöne Gruße, ich hab dich lieb. Also... Daniel, du machst mir immer viel Arbeit. Die Wetten... Die Wetten werden angenehm. Äh, angenommen. Angenehm? Ja. Fackel. Das ist nicht lustig. Ich hab mir Fackel abgebaut, es ist hier dunkel. Wer war? Ich... Ich überleg grad echt, wer das war. Egal. Der sagt mir was? Sag... Aufsqueen. Wir seien doch so behindert, Jungs. So, das sieht jetzt noch relativ keck aus. Auf... 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 Sag doch mal. Ich... Ich bin schon dafür. Ich... Ich gucke mal. Ich gucke mal, ob ich dich sehe. Guck ich jetzt nur... Sag mal, hast du da eine Garage angebaut, oder was? Watt... 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 Wie Garage? Das Haus, was ich da... Nee. Ich glaube, ich bin hier ganz woanders. Nee, du... Guck mal nach links. Siehst du mich? Wo ist denn links? Nee, jetzt... Rechts, rechts. Ich seh nicht, welche Richtung du läufst. Hm. Ja... Wo denn? Jetzt gucke ich da, das sind ein paar Häuser. Ein paar Häuser? Ja, oben. Oben, aufm Berg. Ach, aufm Berg? Ist er. Du baust aufm Berg? Ja, natürlich. Ja gut, ich seh dich, aber ich seh die Landschaft da drum herum net. Ja. Weil ich oft Schad hab. Drumherum. Ach... Ach... Sorry. Ach... 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 Muss da einfach mal rein. Ja. Ach... 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 und reparier deine Mühlenflügel. Nein. Wir spielen aber, äh... 3, 4, 5... Was? Nicht auf easy, ne? Doch, also ich weiß nicht, wie der Server jetzt eingestellt ist. Das kommt drauf an, wie der Server. Weil hier fangen die Zombies an, die NPCs anzugreifen, du. Aha. In der Tat. So was? Dann verteidige sie. Ich verteidige die, ja. Also vor allem, weil mir das Klopfen auf den Sack gegangen ist, aber, äh... Auch so, weil ich Mitgefühl hab mit denen. Sieht das gut aus, ich weiß nicht. Kann voll behindert aus werden, also sorry. Hatet mich, wenn das Haus scheiße aussieht am Schluss. Wenn nicht, liebt mich. Macht ihr sowieso schon. Ne, Jungs, ihr liebt mich. Geht! Eiskalt, geht! Also, es gibt gewisse Personen, die ich ein bisschen mehr lieb als dich. Darunter dein Bruder. Hallo. Deine Mutter. Hallo. 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 Sieht sie gut aus. Lohnt sie sich? Sie ist optisch fit, ja. Alter, Leute! Oh! Leute! Leute! Das ist meine Mutter. Ja, ja. Oh ja, das ist... Ich kenne sie nicht. Ich bahn dich! Ja. Nein, dieser... Spaß bereite. So. Über echte Liebe macht man keine Witze. Hallo. Ja. Ich geh mal gucken, ob ich irgendwo noch was finde, was ich verbrauchen kann. Da ist da noch was drin, bestimmt. Er klaut unsere ganzen Sachen. Ich glaube, ich verbaue die ganze Erde, die braucht ihr eh nicht. Ist eigentlich noch Nacht, oder wie ist die? Ja. Ich glaube, Iggy, du brauchst auch lange, um die Burg zu verbessern, bis sie fertig ist. Ja, ja. Ich kriege ja keinen Stein von euch. Wir haben nichts mehr. Daniel hat das alles verbraucht. Ich bin hier gerade auch wieder am abbauen. Okay. Bring mir was vorbei. So. Du kannst gerne mit ins NPC-Gedorf kommen und dir was abholen. Oh, das ist mir zu weit weg. Ja. Ja. Ist doch ein komplett anderes Haus. Ja, gut, natürlich. Es fehlt da noch einiges. Aber... Ist das jetzt dein Traumhaus, oder wie du schon gesagt hast? Äh, nein. Fuck, ich sterb, ich sterb. Ich brauche Unfallbearbeitet dieses Holz. Ja, ja, Rallamakasam, jetzt muss ich wieder zurück. Der Gell, der klaut alles. Jetzt kommt er mit Rallamakasam die ganze Zeit. Der Guna schluckt Kipi von Hunden. Ich klaue nicht, aber wenn ich mit Leuten viel rede, dann passe ich mich der Sprache an. Es tut mir leid. Oh, da ist noch Erde. Ich hole mir die Erde. Erde, Erde, Erde. Ender Schnitzel. Erde, Erde. Ihr Schnitzelköpfe. Da schon wieder. Bestes Beispiel. Hab ich jetzt ein Schnitzelköpfe. Wenn ich frag, Teil 24. Das hab ich jetzt mit Absicht gemacht. Ja, ja. Ich mach auch immer mit Absicht. Analsex. Ja, mit Absicht. Hier gucken Kinder zu, ist ja schon klar. Hast du gesagt. Ach so. Wie will man wieder Analsex aus Versehen machen? Faltes Loch erwischen. Uhuhu. Das klingt fair und plausibel. Ja, und plausibel. Die Bolle! Ich bollere schon wieder die Tür, die Wichser. Oh, der Guna hat eine Schallplatte. Oder ist das der Daniel? Ich weiß nicht, in welchem Zimmer ich gerade bin. Ah, jetzt geh ich in das Pipi-von-Hunden-Zimmer. Äh. Ah, da ist ja auch nichts gescheit. Alter! Ja, ey, wie werde ich hier gehatet von euch? Iggy, du Arschloch. Was? Bei mir steht ein Schild, Guna schluckt Pipi von Hunden. Ich war's nicht. Und bei Daniel steht ein Schild, der Daniel in Klammern Beste. Alter. Wer macht denn sowas? Jetzt mal ohne Scheiß. Wer schreibt sowas? Iggy? Iggy? Nein. Nein. Ja klar, weißt du, alle beide sagen, sie waren's nicht, weißt du? Ach ja, klar. War's auch nicht. Geh mich denn dazu? Ich fange keine Namen einfach. Nein, eine Fresse. Eine Armee. Nein, eine Fresse. Eine Armee von... ...Skeletten. Ihr Wesen. M, 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 M. Der Chef hat's gesehen. Jetzt denkt er, ich bin cool. Toll, jetzt war ich unverarbeitetes Holz, aber war auch schon sieht am Wasser aus. Und verarbeitet. Verarbeitet. Was habe ich eben gesagt? Bewertet. Ich... War's unverarbeitetes Holz? Ja. Nimm kein Birkenholz. Birke? Kein Birkenholz. Nimm auch kein... Ich... Ich hole Fistenholz... Äh, Fisch neu, sorry. Ah. So jetzt echt... Daniel! Was? Wo sind die Schafe hin? Ech, die Schafe? Du hast alle getötet. Warten, Garantie ohne Scheiß. Ich schwöre auf alles. Du Debs! Ich schwöre auf alles. Nein, hab ich nicht. Hu, 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 hu. Wo sind die... Ich schwöre auf alles. Da liegt noch Wolle. Da... Ihr geht. Du kannst... Du kannst... Du kannst alles... Äh... Bitte? Ich hab nichts gemacht. Ich hab... Bevor wir in den Nähter sind, da hab ich zwei, drei Schafe getötet. Die sind alle weg. Da ist ein Wolf drin. Bevor wir in den Nähter sind, da hab ich zwei, drei Schafe getötet. Mehr nicht. Der Wolf wird sie gerissen haben. Ach so. Wie du hast gerissen. Ach so. Ich schwöre bei Gunas Mutter, ich schwöre es nicht. Alter. Ja gut, dann ist der Spur nicht... Alter. Leute. Gebt euch solche Steilverlagen, du Wichser. Mann, hör doch auf. Wie er lacht. Geht's denn gut? Ey, ey. Irgendwie für die Lacher bin ich hier zuständig. Auf. Sorry. Sag gerne auch immer. Sorry. Sorry. Bin ich ja der Normalste? Ja. Du bist sowas von abnormal, das glaubst du gar nicht. Liegt, äh, liegt, äh, ist genetisch bedingt. Oh je. Ich glaub, das liegt alles an der Nase. Der Part muss heißen, wenn... Irgendwie was mit deiner Mama. Nein. Muss. So, keine Ahnung. Mama, es tut mir leid. Sorry, Mama. I'm sorry, Mama. Mama. I never meant to hurt you. I never meant to hurt you. I never meant to hurt you, I'll be herramient einer, cleaning up closet. Uh, langsam fühl ich sich hier. So, Mama. So, Mama, 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 Mama. Wo ist denn der IG? Ah. im Arsch im Arsch der Burg ich hab gedacht jetzt kommt der Knüller